Aoi liebe Klemmerstein-Fans, hier ist euer Käpt'n Baubeer und dieses Mal habe ich das Set mitgebracht, auf das ich mich am meisten gefreut habe bei der aktuellen Star Trek-Welle von Blue Breaks, nämlich den Borg-Tube. Jawohl, die 10, 41, 79, 877 Teile, stark, 39, 99, die UVP. Da ist das gutes Stück. Ich habe mich am meisten darauf gefreut, weil die Folgen mit dem Borg waren für mich immer die interessantesten Star Trek-Folgen. Die Folge, in der Käpt'n Picard zu den Borg konvertiert ist, ist für mich einer der besten Star Trek Enterprise The Next Generation-Folgen. Wobei ich da natürlich auch überhaupt kein Experte drin bin. Aber hey, das wollte ich mal gesagt haben. Dieses Set hat mich schwer enttäuscht. Nicht vom Design her, nicht von der Art und Weise, wie man das zu großen Teilen baut, das ist alles solide, sondern im Endeffekt gibt es nur einen Bauschritt, der mich hier, oder beziehungsweise einen Bauschritt, der mich hier wirklich an den Rand der Weißglut getrieben hat. Und weswegen ich dieses Set unbedarften Klemmbausteinen-Bauern oder Star Trek-Fans, die einfach sich einen Borg-Kubus aus Klemmbausteinen hinstellen wollen, auf gar keinen Fall empfehlen kann. Weil was ihr da bekommt für den Preis, ist ein unausgegorener Haufen Rotz, auf gut Deutsch. Und das tut weh, das sagen zu müssen. Denn, und das ist eine Sache, die mir unter meinen beiden Videos zu den Enterprise-Modellen vorgeworfen wurde, ich hätte ja nur Interesse daran, der Firma Blubrixx zu schaden, ich wäre mit ihren Produkten nicht vertraut und ich hätte überhaupt keine Ahnung, auf was ich mich da einlassen würde. So viel vorweg, ich bezahle diese Produkte. Ich habe 40 Euro auf den Tisch gelegt, um diesen Borg-Kubus mein eigen nennen zu können. Und ich möchte alles andere als im Endeffekt ein schlechtes Produkt haben. Ich will ja Spaß am Bauen haben. Meine Zeit ist begrenzt, ich habe ein neugeborenes Kind hier zu Hause, ich habe jetzt nicht jeden Tag irgendwie 3-4 Stunden Zeit, um irgendwas zu bauen. Das hätte ich gerne, habe ich aber nicht. Und wenn ich mich dann hinsetze und ich baue sowas, und dann gibt es einen Bauabschnitt, beziehungsweise zwei Bauschritte, die dazu führen, dass ich diesen Borg-Kubus nicht zusammenbauen kann, weil einfach hier integrale Bestandteile des Sets nicht funktionieren, dann ärgert mich sowas. Und das macht mich auch ein bisschen traurig, denn die 40 Euro habe ich ausgegeben, ich habe das Ding aufgerissen, ich habe es gebaut, und jetzt steht es hier vor mir, in all seiner Pracht, ja, ihr werdet jetzt auch sicherlich sagen, Moment, aber so sieht der Borg-Kubus ja nicht aus, da sind ja ein paar Details falsch, und hier und da, jo, ich habe das Ding versucht zusammenzubauen, das ist mir so oft auseinandergebröselt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, fuck it, Hauptsache es hält, und dann nicht mehr darauf geachtet habe, dass alles so fluchtet, wie es sein soll, also dass alle Seiten genau ausgerichtet sind und genau an Ort und Stelle sind, wo sie eigentlich hin sollen. So, und bevor wir jetzt lange um heißen Brei herumreden, denn es gibt zig Videos da draußen, und alle haben diesen Borg-Kubus irgendwie vorgestellt, irgendwie getestet oder besprochen oder whatever, ich gehe jetzt hier nicht noch großartig aufs Set ein. Das haben schon ganz viele gemacht, ich bin da auch sehr spät tatsächlich, aber es war einfach zeitlich nicht anders machbar. Ich gehe kurz nochmal auf die Teile ein, denn das ist der größte Hinkelfuß an der ganzen Geschichte, und das ist eine Situation, in der wir uns hier befinden, wo ich echt denke, so, das kann doch bitte nicht wahr sein. Blubrixx möchte mit diesen Modellen Star Trek Fans ansprechen. Die möchten ihre Portfolio erweitern, und die möchten ihre Zielgruppe erweitern, und die möchten bekannter werden im Mainstream. Dann kann man solche Produkte nicht backen. Sorry, aber das geht nicht. Jeder, der noch nie ein Klemmbaustein-Set von Blubrixx gebaut hat, keine Ahnung, in dem Blubrixx-Store in Hamburg geht und sich das kauft, weil er denkt, so, geil, Star Trek, geil, Klemmbausteine, da habe ich Bock drauf, beziehungsweise geil, Lego, ne, in Anführungszeichen. Und der baut das, der wird nie wieder ein Blubrixx-Set anfassen. Nie wieder, weil er kriegt das nicht zusammen, so wie Blubrixx sich das vorstellt, so wie es die Anleitung an Sachen. Das Problem ist so elementar, dass ich mich frage, wie zur Hölle kann man das nicht korrigieren wollen, oder keine Ahnung. Kommen wir erstmal zu den coolen Sachen. Ihr bekommt jede Menge Waffen mitgeliefert, in diesem Gitterrahmen. Also, da habt ihr noch schönen Spare-Parts, um eure kleine, süße Klemmbaustein-Armee auszurüsten. Das ist doch schon mal ganz cool. Dann bleibt hier das übliche Gefuddel über. Wir haben hier auch wieder im Standfuß, in diesem Fall, eine Baurechnungsumkehr. Der Standfuß ist aus diesen Transklier-Teilen zu 90% gebaut, in diesem coolen Grün. Die sind auch ein zweischneidiges Schwert. Also, ihr seht an diesem Kubus überall diese Käse-Ecken. Und diese Käse-Ecken haben einfach keine Klemmkraft. Die halten irgendwie, aber wenn ihr das Ding jetzt schütteln wolltet, dann fällt das einfach ab. Hier sind auch diese Gullideckeln, also diese Grills drauf. Die haben auch eine sehr schwankende Klemmkraft, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist halt wieder, Xingbao-Steinequalität durchwachsen. Das an sich ist aber auch gar nicht so der Hinkefuß des Ganzen. Ja, also, dass da jetzt irgendwie ein kleiner Viertelstein nicht richtig Klemmkraft hat, ist bei einem Display-Modell auch alles nicht so wichtig. Kann man meilenweit drüber hinweg schauen, wenn man möchte. Der Standfuß an und für sich ist cool zu bauen. Den baut man auch als erstes, lustigerweise. Dieses Set hat auch drei Bauabschnitte. Die anderen hatten ja immer nur zwei Bauabschnitte. Dieses Set hat drei Bauabschnitte. Wieder unterteilt in Tüten. Vorsortiert. Man kann da nichts falsch machen. Auch die Anleitung ist vollkommen ausreichend. Klar, das Druckbild könnte größer sein, aber im Endeffekt ist das von der Aufteilung der Bauschritte und so weiter, das ist alles gut baubar. Das ist gut nachvollziehbar. Wie immer, was ich auch bei den Raumschiffen schon bemängelt habe, es gibt hier keinerlei Informationen zum Bohrkubus selber. Die Anleitung fängt einfach stumpf an. Über das Design der Packung und der Anleitung kann man sicherlich auch geteilter Meinung sein, aber ganz ehrlich, das ist alles Nitpicking im Endeffekt. Im Endeffekt ist das wichtig, was auf dem Tisch steht. Oder später natürlich im Regal. Und die Trans-Clear-Teile hatten bei mir eine gute Qualität. Die waren alle Trans-Clear. Die hatten auch nur gute Klemmkraft. Es gab da mal hin und wieder ein paar Ausrissen nach unten, aber die sind grundsätzlich nicht aufgefallen. Dieser Standfuß hat dasselbe Problem wie bei den Raumschiffen auch. Er wobbelt. Das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass er zusammengesetzt wird. Und dieser Ständer hier in der Mitte, der ja auch wieder nur aus vier Noppen besteht, aus diesen Brick Modified, diesen Round Bricks, mit einer Technikachse da drin, der hat natürlich auch das Problem, dass er dadurch, dass dieser Sockel zusammengesetzt wird, aus zwei Teilen, und dann quasi mit inverser Baurichtung zusammengesteckt wird, dass der an und für sich nicht so wahnsinnig stabil in sich ist. Der sieht cool aus, ist aber nicht besonders stabil. Wo es jetzt aber echt schwierig wird, das ist ein Kubus. Und dieser Kubus besteht aus großen Platten. Sechs mal vierzehner Platten. Und die ganzen werden dann zusammengebaut mit zweimal zwölfer Platten und zweimal sechs. Ja genau, zweimal sechs. Da werden die so zusammengesetzt. Seht ihr hier. Und dann, das ist jetzt die Bodenplatte. Die Bodenplatte von dem Kubus. Hier ist auch die Aussparung, wo später dann der Ständer eingeführt wird. Ständer eingeführt. Ja, das hier sind dann die Seitenplatte. Die werden von hinten zusammengehalten von den langen zwei Zwölber und zwei Sechser Plates. Und dann soll das Ganze halt eine plane Fläche sein, auf die ihr dann mit dem kleinen Viertelzeug die Optik draufbringt. Wie immer noch mal kurz vorweg erwähnt, oder kurz noch mal erwähnt, ist ein Displaymodell. Keinerlei Spielfunktion, die stellt ihr euch ins Regal, um sie anzuschauen. Diese Plates sind nicht hundertprozentig gerade. Das ist an und für sich kein großes Problem. Ja, solche Plates ziehen sich dann irgendwie in der Konstruktion gerade. Das Problem ist nur, wenn solche Plates als Unterbau dienen, um halt große Plates zusammenzufügen zu einer ganz großen Plate, dann entsteht eine Spannung. Und diese Spannung sorgt dafür, dass ihr diesen Kubus zum Schluss nicht zusammensetzen könnt. Weil die Platte so gewölbt ist. Shit. Also, das ist der Grad der Wölbung, wenn man diese Platten rausnimmt. In diesem Fall werden die 2x14 und die 6x14 Platte nur von der Deko hier gehalten. Weil das die einzige Möglichkeit ist, bei mir zumindest, um diesen Kubus überhaupt zusammenzusetzen. Denn oben, an den Ecken hier oben, soll das Ganze von jeweils drei Pins gehalten werden, beziehungsweise drei Stuts. Und unten soll das Ganze von dieser Armada von Brick Modified gehalten werden. Das kann nicht funktionieren, wenn die Platten eine Wölbung haben. Die Platten wölben sich quasi so stark, dass ihr innen noch einen Klemmkontakt herstellen könnt, aber außen schon nicht mehr. Und das hier oben hat dann überhaupt keinen Halt mehr. Das heißt, der ganze Kubus bricht immer wieder in sich zusammen. Ihr könnt, so wie es die Anleitung vorsieht, zeig's nochmal, so sehen die das vor, das könnt ihr so nicht bauen, da die Spannung der einzelnen Seitenelemente so groß ist und die so weit auseinandergewölbt sind, dass sich das nicht zusammenstecken lässt. Ich hab das versucht, eine halbe Stunde, dann hab ich festgestellt, es wird niemals funktionieren. Dann hab ich die ganze Plattenunterkonstruktion rausgenommen. Dann war die Wölbung auf einmal weg und auf einmal konnte ich diesen Kubus zusammensetzen. Dadurch ist der Kubus natürlich ungefähr so stabil wie Watte. Also, den kann man nicht anfassen, der sollte auf diesem Ständer einfach auf Ewigkeiten stehen. Man hat dadurch natürlich einen Kubus. Irgendwie, wenn man sich zu helfen weiß. Und das funktioniert dann irgendwann auch irgendwie. Ich hab hier ein fertiges Produkt gekauft. von einem Großserienhersteller. Und das darf solche Mängel in der Konstruktion nicht haben. Punkt. Ich geh jetzt hier auch gar nicht großartig weiter aufs Design ein oder dass ihr ja eins, zwei, drei, vier, fünfmal so ein Plate-Konstrukt mit Struktur bedienen müsst. Ne? Mit diesen Fizzle-Platten. Und dass die natürlich so auch auf die Teileanzahl kommen. Und so weiter. Geh ich nicht drauf ein. Das wurde alles schon gesagt. Ich finde aber, das ist eine Frechheit. Das einem Kunden als fertiges, ausgereiftes Produkt verkaufen zu wollen. Das geht einfach nicht. Und ich meine, es gibt 16x16 Platten im Angebot. Dann hätte man Technik-Bricks nehmen können, die an den Seiten dann mit Halb-Pin auf Pin-Aufnahme gehen, in die Technik-Bricks rein und dann die Gegenseiten packen. Es hätte eine sehr stabile, langlebige Konstruktion gegeben, die sehr einfach zu bauen ist. Ich kann mir nur einen Grund vorstellen, warum sie es nicht gemacht haben. Zum einen ist der Bau-Cube von Mott-Brex so aufgebaut und zum anderen, oder in der Art so aufgebaut, zum anderen ist es so, wahrscheinlich hat Sting-Barro 16x16 Platten im Angebot, die schon so eine harte Wölbung haben, dass sie das quasi als Workaround gehen mussten, diese Zusammensetzung. Und dann haben sie es aber verkackt, indem sie halt sich keine Gedanken darüber gemacht haben, wie sehr auf Spannung das Ganze kommt, wenn man das jetzt hier noch mit halb oder wenig, also ein bisschen krummen Plates untermauert. Verstehe es nicht. Verstehe es nicht. Blubricks kriegt eine tolle Lizenz. Ja. Sie haben schöne Designs. Ja, ich finde auch wirklich vom Design her und auch von der Idee, wie das Ganze aufgebaut ist und so weiter, cool. Aber das muss dann eben auch funktionieren. Es muss funktionieren. Das ist nicht ein Blubricks Special. Das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, der antike Autotransporter, den acht Leute kaufen. Das ist ein Set, das wird tausendfach gekauft. Und das darf halt einfach nicht solche eklatanten Mängel haben. Jetzt kommst du natürlich dem berechtigten Einmal, hey Captain, das Ding hast du doch hingekriegt und es steht jetzt im Regal und das ist eine kleine Firma und was beschwerst du dich überhaupt? Ja, natürlich. Aber die greifen nach den Sternen im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben den Anspruch, Massenmarkt bedienen zu können und dann müssen sie halt eben auch in der Qualität liefern. Aber wenn Lego so ein Set rausgebracht hätte, der Held der Steine könnte sich einen goldenen Esel kaufen von dem Video, was er darüber macht, weil das so viele Klicks hätte. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, wie man das in einem Nebensatz in irgendeinem Review abhandeln kann. Das ist ein eklatanter, konstruktiver Mangel. Und da müsst ihr mir jetzt auch nicht damit kommen, dass man das ja irgendwie mit Know-how und ein bisschen Nachdenken und noch Extrasteinen, die man eh zu Hause hat, lösen kann. Das hat nicht jeder zu Hause und nicht jeder hat Bock, sich darüber noch Gedanken zu machen. Es gibt auch genug Leute, die laufen in Legoladen und kaufen sich den Adidas-Schuh und wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann haben die auch keinen Bock, sich darüber Gedanken zu machen, sondern die wollen den Schuh aus Legosteinen im Regal stehen haben. Genauso wie Leute diesen Bohrkugus aus Klemmerstein im Regal stehen haben wollen. Es hinterlässt bei mir Fragen, wie man als Hersteller eine Reihe rausbringen kann, die einem so wichtig ist, dass man komplett auf Print setzt, dass man diese schönen Schilder hier macht, dass man sich hinsetzt, dass man schöne Kartons macht, dass man schöne Anleitungen druckt, dass man auch Anleitungen druckt, die sicherlich mal Probe gebaut worden sind und dass man dann trotzdem mit so einem Produkt in Serie geht. Das verstehe ich einfach nicht. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, ob es da irgendwie eine Erklärung für gibt oder ich verstehe auch nicht, warum es nicht irgendwie noch ein bisschen mehr Aufregung darum gibt. Es gibt ja viele YouTube-Kollegen da draußen, die das auch gesehen haben und die dann halt relativ pragmatisch an die Geschichte rangegangen sind, weil es ist ja ein Blubriks-Set, da muss man eh immer Sachen verändern oder muss man manchmal ein paar Sachen verbessern. Ich möchte jetzt auch gar nicht Blubriks per se als schlechten Hersteller dastehen lassen. Das sind sie nicht. Die haben schöne Sets, die haben schöne Sets auch für die Nische. Ich finde es gut, dass sie wirklich fast jede Nische inzwischen bedienen. Das verdient auch ein bisschen Anerkennung. Aber dann kann man doch hier irgendwie ein paar Euro mehr für Qualitätssicherung ausgeben. Ich meine, das Set kostet 40 Euro. Da sind zum großen Teil solche Viertelsteine drin, also so Grills, Ecken, diese Goldbarren in schwarz, dann hier auch die Fliesen, diese Round-Teils hier, diese 2x2. Die sind alle stumpf. Alle. Naja, ich, ähm, keine Ahnung. Es ist nicht das übliche Review, wo ich dann irgendwie ellenlang erzähle, was, wie und so weiter. Sondern es geht einfach wirklich darum, dass ihr irgendwann an den Punkt kommt, wo ihr das Ding zusammenbauen wollt und dann feststellt, öh, funktioniert nicht. So wie sie es sich vorgestellt haben. Solltet ihr wissen. Ansonsten macht das Ding schlanken Fuß und Regal. Ist so. Also für all diejenigen unter euch, die fortgeschrittene Baumeister sind oder allgemein Baumeister sind, die schon ein bisschen gebaut haben und auch ein bisschen Bluebecks-Erfahrung haben, kauft das Ding, baut es ein bisschen um, stellt es euch ein Regal, freut euch dran. Dafür ist es echt gut. Aber für alle Star Trek-Fans, die neu dazu kommen, hey, ganz ehrlich, macht einen Bogen drum, ne? Das macht euch nicht glücklich. Außer, ihr guckt euch ein Video an, wie man es verbessern kann. Ich habe jetzt einen Tipp gegeben. Einfach die Unterkonstruktion weglassen und das Ganze dann irgendwie zusammenfriemeln. Dann hält es auch, funktioniert auch, ist dann aber halt nicht besonders stabil. Irgendem Tod muss man halt sterben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir gewogen bleibt, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche euch soweit eine schöne Zeit. Bleibt gesund, baut was Schönes. Bis dann, euer Captain.